Bei mir ist Chattern noch so sehr, aber wir versuchen das bisschen schwitzen und Alex, mach mal dein Headset rein und raus, weil das knistert voll. Ich weiß, dass es schlecht ist, bei mir. Weil guck mal, ich hab Schule bis 3 Uhr, dann komm ich nach Hause, muss ich erst das Update machen und dann muss ich zum Training schauen. Ich hab ja keinen PS Plus, darum geht's ja nicht. Und dieser Stream ist, die geht so um die Stunde, keine Ahnung, wir gehen nach Solti, oder Shifty, ist mir egal. Ja, Shifty. Weil der wird es eine Stunde geben, wenn ich jetzt 10 Minuten mache, ist ja nichts Richtiges. Ja, weil du kein Google-Konto hast. Und ich hab mein Konto erstellt, nur für YouTube. Ich hab das für eine halbe Stunde gebraucht. Und zu erklären ist noch schwieriger. Weil ich nicht alles auswendig weiß. Das ist mega schwer. Bei mir ist ein Gegner, aber... Ich hab ja gut, Baba Lut. Ich kann jetzt gleich alles. Tschö. Tschö, tschö. Ich hol deine Karte. Alles gut, ich hol... Hat der viel HP? Ist das der... Was ist der für ein Bot? Ich hatte aber auch keine Maps. Hä? Wo ist die Blutbranche von ihm? Achso, hatte der andere. Ich bin aber eh nicht ausgewähmt. Das liegt an meinem Skin. Aber jetzt drück mal dein Herz da irgendwie rein oder so. Oder dreh das mal da, weil das Kind sagt so hart. Jetzt ist es besser. Ich möchte mal wieder, oh. Ich bin eh. Schozer, ich bin uch. Schozer, ich bin uch. Vielen Dank. Wir gehen jetzt nach Salti. Ich denke mal Jump Junction. Container. Ähm. Wer ist diese Stadt? Hier. Kann das sein. Hier sind auch ein paar Container. Ja. Ich geh dieses Haus da. Ich komm nicht ganz an. Aber. Also ich komm nicht ganz an. Sag wenn wir die. Die. Sag wenn wir die Gegner sind. Richtig nah. Ich komme. Wirklich? Dann tanz. Ich tanze auch. Ja. Komm komm komm. Wir gehen hier rein. Ich bin ganz an. 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 dran. Ich bin ganz an. Ich bin ganz an. Ich bin ganz an. und 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 die sind Oh! Fuck, 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 fuck. Was wollen wir machen? Alex, hör ich nicht! Hilf mir doch! Ja, moin. Ich lade ihn wieder ein. Boah. Iker. Ich muss den durchspämen. Das geht ja! Ja? Lol. Alles klar, ist mir egal. Dann, ich lade dich einlernen. Ich lade dich einlernen. Ich lade dich einlernen. Das geht ja so. Was? Jetzt werden wir rasieren. Dennis! Ja, da bist du in die Karte, die wieder reinkommt, deswegen hab ich das kaputt. Hi. Dennis, wir machen ein Livestream. Nein, wir machen ein Team. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kommst du rein? Gib ihr dein Handy und das war's. Was ist das? Du dörst, wir haben einen TikTok-Obser, Mandy. Alle, ich könnte Freundschafts-Anfall annehmen. Ja, mal gucken, wie du intim rasierst. Du kannst doch selber 1.000 Euro als nächstes. Alter, wie schreibt ihr? Daniel, soll ich den echten Lebensfilm holen? Ja, und Daniel schickt mir ein verschwommenes Foto. Krass. Daniel, ich habe einen echten Lebensfilm gekauft, siehst du? Der ist geil. Den feier ich. Feierst du den? Ja, richtig. Ja. Alles kommt zu holen. Habe ich beide eingeladen. Alles kommt zu holen. Wer ist was? Ich habe eingeladen. Wer ist das? Ja. Standard-Skill. Fake-Standard-Skill. Erstmal Party privat. Ja, ihr müsst... Alex, stell dich mal an. Mein Skin ist geil, ne? Ich spalme dich grad, Alex. Ich habe dir grad 300 Einhaber bekommen. Ja, das ist manchmal so. Dennis, ist der Skin geil? Hauptöffentlich. Denk ich. Ja. Ja. Und jetzt mache ich wieder privat. Ey, was findest du den Skin geil? Ich. 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 Du merkst mal der Skin ist. Ich. Ich behalte ihn jetzt immer. Wir können damit jetzt auch immer echte Leben spielen. Ach, Liebs willst du jetzt eh immer echte Leben spielen? Ja, ich bin sehr sexy. Untertitelung des ZDF, 2020 Digga, mein Skin ist einfach so geil, finde ich. Was meinst du? Was meinst du, Daniel? Nichts. Wie die glutzt, Alter, mit diesen Augen. Welche? Kennst du dich? Ey, jetzt macht eure Videos aus. Salty. Pekka. Alex, hast du wirklich Hacker falsch geschrieben? Ja. Glaub dir auch jeder. Alter, was ist denn da für ein Kleider? Hey, Alex? Alex? Warum hast du eigentlich hinter... Warum hast du eigentlich hinter... Warum hast du eigentlich hinter Hacker... Hacker geschrieben? Ich auch. Bei mir sind 20 Gegner meine Maus. Oh mein Gott, der hat 10 AP. Ich hab 3. Ey, komm doch mal schnell zu mir. Alex, der hat 10 AP, mein Gegner. Ich hatte... Ich hätte 3 Kills. Scheiß 3 Kills. Ich habe 3 Kills. Ich hatte... Ich hatte 1 Kills. Ich hatte 3 Kills. Ich hatte 3 Kills. Ich hatte Matt Kills. Ich hatte... Ich hatte Biggie. Ich hatte alles. Ich hatte Biggie. Ja, jetzt mit 10 nix mehr zu mir gehen. Hol' meine Charaktere! Der, guck, den hab' ich geholt, den hab' ich easy geholt! Ich hatte alle davon geholt! Sonne, ey, äh, Daniels, äh, Daniels! Hm, ich mach' keinen Zone Wars oder so! Nein, keinen Zone Wars, das ist gestern, dieses Camping-Ding. Das ist ein Camping! Doch, was wir gestern gemacht haben, wo ich's ganz halt editiert habe! Ich hab' kein Pokémon auf Creative! Ja, aber das ist doch was Geiles! Nein! Mein Skin ist so geil! Ja, okay, komm! Aber wir machen Teams, ich geh' mit Alex ins Team! Nein! Doch! Nein! Nein! Ja! Und Dennis und Alex sind noch mehr unfair! Nein! 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 Du und, äh, Alex! Ja, ich... Was? Ah, äh, Dennis und Alex! Nein! Das ist mega unfair! Dennis hat Aim des Gottes! Was ist das? Digga, soll ich mit Dennis? Ja, okay, ich und Dennis! Nein! Lass doch... Ey! Sag mal, deine Schlöcke so leise sein! Was? Oh! پö?' Ein dahinter ist's! Ja- Ich hab's echt schon selbst gemacht, Daniel. Ich hab schon die selbst gemacht. Hab ich auch. Meine wird aber erst erst fertig sein. Ist mir egal. Komm hier rein, hier rein. Ha, meine sehr gute Opfer. Ja, das war meine. Nein. Das war meine. Meine war erst. Also ich mit Alex. Lass doch einfach alle gegen alle. Nein. Das ist viel besser. Später. Alex, hast du blaue Mütze? Ich kann nicht Ruhe öffnen. Ja, du musst dreimal springen. Du musst dreimal springen. Zack. Oh, das ist Leon. Ich bin so schlecht irgendwie. Sag mal, die soll jetzt leider sein. Daniel macht den Fliegen. Ich bin so schlecht. Ich bin so fertig. Ich bin weniger K K Einmal einst K K K K K K K Ah, nein, schade, vier Kills, oder? Woher habe ich vier Kills? Ah, nein, zwei Kills habe ich. Wird am meisten? Keine Ahnung. Ich habe den Modus nötig. Hab, Dennis. Ey, ich fall die ganze Zeit runter. Ey, gar nicht. Alex hat einen. Ich habe auch einen. Der hat uns gar keine Emote. Hi, Alex. Loll. Sein erster Kill. Hi, Alex. Jetzt hat er ein Game. Ja, ja, ja. Alex, nicht beleidigen. Nein. Meine Bausteuerung ist richtig. Richtig. Wer doppelt kommt. Mach ich gleich. Ah, wer hat mich getötet? Hi. Ciao. Bringt's hier aber nix. Hab ich Leon? Ist Dennis down? Nein. Nein, das ist nicht. Wir verrecken auch voll oft. Nein. Guck mal. Wir haben. Ich habe am meisten Kills. Ah, nee. Ich bin am meisten getötet. Alles hat neun Kills. Ja, Alex. Was ist das? Ja, Alex. Was ist das? Nein. Den ist down. Den ist down fast. Na. Äh. Selber nicht AP. Okay, gut, Alex. Ja, und ich bin los. Ich bin hier ganz so richtig laut. Ich hab 70 AP. Oh! Übertreibt nicht! Ich hab' sie gegenseitig getötet. Was ist das hier, Alter? Ich bin egal. Sie töten sich gegenseitig. Ich hab' keinen Bock mehr auf das. Alles. Ich komm' zu dir. Dennis, hab' ich. Ja. Nein, der hat mir gedrückt, aber ich war los. Ich hatte 70 AP. Oder so. Ja, Alex. Ich hab' keinen Bock mehr auf Alex. Ja. Nee, jetzt. Wir alle gegen Alex. Ja, okay. Alle gegen Alex. Ausversuchen. Ausprobieren. Ich hab' Alex. Ich hab' Alex. Ich hab' Alex. Ja, okay. Nee, komm. Ich... Okay, jetzt wieder die alten. Alle gegen alle. Komm. Versuchen. Ja, alle gegen alle. Die. Die Autor. der하는 ist nochmal Logan. Ja, der mit seit Adidas-Kinder. Der ist alles fresh. Aber Alex ist noch fresher. Ja, er drückt nur so ein netter Headshot. Er hat 16 Kills. Der drückt nur Headshots, ne? Das ist unfair. Der drückt nur Headshots. Nein. Er drückt nur Headshots. Das ist aber auch unfair gegen Alex. Ja, aber er rassiert. Alle rasieren mich. Ich hau ab, Alter. Keinen Bock mehr. Alex, er macht sich das hier dran. Wie? Ich schwöre, alle gegen Alex. Ja, alle gegen Alex. Hey, Daniel. Ich steh nur noch auf Daniel. Ich höre mich doch nicht. Du standst ja wie ein Noopun. Hey, Daniel. Habe ich. Habe ich durchgebockt? Habe ich? Habe ich durchgebockt? Du wirst auf Stefan gucken. Nee, es ist doch nicht. Wann? Alex! Wann? ich hab einen selfkills oh my god die bugger ich hab dir 30 gedrückt bitte bitte ich ein solter bitte ich ein solter ja ich ein solter nein ich mach voll bock alles so rasiert zu gut ja ich hab mich nicht so was hat gar keiner Bock das ist echt so ja willst du aber immer ey Alex Alex geht nur auf Mischof kann wirklich auf ihn ich kicke ihn oh my god oh hab Alex Leon Dennis jetzt geh ich ihn pushen Hau auf Alex Null ach so ich will doch auf Dennis gehen jetzt hab ich nur einen Killer Leon Digga ich mach nie mehr mit dir Streams ja ich mach mich nicht jetzt tue ich ab Alter das ist ein Spiel und nicht um dein Leben geht's ich hab mich auf dich ich hab mich getroffen ich hab mich getroffen ich hab mich getroffen leider der hat wieder was zu drücken für Headshot ey Digga komm doch nicht so hässlich alter ich geh nur auf Leon ich geh nur auf Alex ich will auf dich auch nicht gehen Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab mal Läut Einer 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 Was? Was? Ja, frag deine Mom, was die gemacht hat, Alter. Was willst du, hä? Was, meine Mutter? Was? Ja, was? Komm doch. Ich hab dich doch schnell herasiert. Was ist denn ein Elm mit diesen... Ja, es geht nicht um uns Kind. Es geht in deinem richtigen Elm. Ja. Genauso wie in der Schule. Komm doch von beiden Seiten. Ich würde an deiner Stelle nicht auf Muttern gehen. Gleich komme ich auf Mutter. Dann bist du auf Bruch. Ja, warte. Ja, warte. Ja, und? Ja, warte. Hey Dennis. Geht aus. Ich geh auf. Ich geh auf. t warum ich muss gucken wenn ich bis zu sagen werde ich nur durchsuchen weil an märchen nicht um diesen typen Was beleidigt er, dieser?